Wir werden hier die größte Baustelle Europas errichten. Die aus dem Dorf kamen, die vertrugen sich auch nicht immer ganz mit den Arbeitern. Das war nicht immer so ganz einfach. Aber er bringt uns den Teufel! Über den Damm kommt nur Gesindel zu uns rüber. Das ist Ihre Gemeinde, Herr Pastor. Wenn Sie mit Ihnen reden, Ihnen die Angst vor dem Damm nehmen, dann könnten wir das Blatt wenden. Herr Junior, wir kommen einfach nicht weiter. Das hieß immer, die Nordsee wird das schon machen. Und der Damm, den lassen wir anfangen zu bauen, das wird sowieso nichts. Die meisten Menschen waren am Ende ihrer Kräfte. Das Meer kommt nicht heran an unseren Damm. Das Mädchen wird gleich am Bahnhof ans Fenster kommen und ihn an Strauß Blume überreichen, Herr Präsident. Sie sprechen von meiner Patentochter. Und der Damm. Das ist die Damm. Untertitelung des ZDF, 2020